Der DAX hält sich stark am US-Feiertag und heute könnte tatsächlich der Ausbruch auf der Oberseite erfolgen. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu meiner DailyDAX-Morgenanalyse wie immer. Bevor ich mit der Analyse starte, ganz kurz ein paar obligatorische Dinge. Und zwar, heute ist Live-Trading-Webinar exklusiv bei ActiveTrades, so wie ihr es hier auf YouTube kennt. Von meinen Livestreams ab 9.30 Uhr geht es los mit meinem Live-Trading-Projekt mit 1.000 Euro zum beruflichen Börsenhandel. Da gerne einschalten, der Anmelde-Link zum Webinar heute befindet sich unten in der Videobeschreibung. Und dann darf natürlich auch nicht der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal fehlen, wo ihr jetzt hier auch dieses Video schaut. Dort bin ich ansonsten in der Regel bis zu dreimal die Woche live und trade den DAX und den Dow Jones in meinen systematischen Handelsstrategien. Falls du es noch nicht getan hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neuer Livestream ansteht oder ein neues Video online geht. Dann geht es weiter, zunächst nochmal auf den Wirtschaftskalender und heute der wichtigste Handelstag der Woche, zumindest vom News-Kalender her. Und zwar heute bekommen wir die NFP-Zahlen um 14.30 Uhr in der Vormittagssession, stehen keine wichtigen News an. Somit richtet sich der Blick voll auf die NFP-Zahlen heute um 14.30 Uhr im Vorfeld. Kann durchaus schon mal ein bisschen was passieren im DAX und was dafür wichtig ist, das besprechen wir jetzt. Schauen wir auf den Chart und der DAX konnte am gestrigen Handelstag, also am großen Feiertag in den USA, sich kaum bewegen. War auch mehr oder weniger erwartet. Einzig, was ich gestern auch im Livestream gesagt habe, was ich dann vermute, wäre gewesen, wenn jetzt Marken auf der Unterseite gerissen worden wären, dass sich der DAX dann nochmal ein bisschen mehr beschleunigt. Aber das hat der DAX nicht gemacht, er konnte sich sauber oberhalb der 18.400 halten. Was haben wir jetzt? Klar, wir haben jetzt Handel, der sich auf diesem Niveau etabliert. Das ist schon mal ein ganz guter erster Schritt für weiter steigende Kurse. Jetzt wird es natürlich wichtig, dass das Vortagestief nicht mehr groß tangiert wird. Der DAX darf kurz hier das Vortagestief unterschreiten, sollte sich aber tunlichst ganz, ganz schnell wieder über die 18.400 heben, damit er dann noch die Chance hat, weiter steigen zu können, um dann letztendlich den Ausbruch zu vollziehen. Schafft der DAX es nicht, beziehungsweise schafft er es nicht auf ein neues Hoch, das ist natürlich dann entsprechend auch weiter wichtig und bastelt der DAX dann eine leichte Abwärtstendenz zum Handelsstart, dann kann es durchaus sein, dass der DAX dies nach Handelsstart, also nach Kassastart um 9 Uhr weiter fortsetzt und dass wir erst einmal eine Auflösung auf der Unterseite sehen. Da wird es dann entsprechend wichtig, wie weit er vor allen Dingen runterläuft und ob er sich dann überhaupt stabilisiert oder ob wir dann so einen Handelstag hier nochmal bekommen, wo es dann deutlicher abwärts geht. Also, alles hängt jetzt hier an der Zone oberhalb von 18.400 Punkte. Schafft der DAX es sich stabil darüber zu halten, also über der 18.400, dann stehen die Chancen gut, dass wir zumindest mal einen Ausbruchsversuch sehen durch die 18.500. Schafft der DAX es nicht und fällt direkt weiter zurück, dann sollte es auch relativ zügig erstmal Richtung 18.300 gehen. Da wird es dann wichtig, wie immer, haben wir es mit einem validen Ausbruch zu tun. Das bedeutet, unterhalb der 18.400 muss ich dann auch Handel etablieren. Fällt der DAX unter die 18.400, würde ich dann beispielsweise heute im Daytrading auch versuchen, die Short-Seite erstmal zu handeln, vorausgesetzt die Struktur passt. Oberhalb der 18.400 würde ich dann heute auch mit Longfokus im Daytrading handeln. Das bedeutet, auch wenn der DAX jetzt nochmal leicht zurückkommt, würde ich dann erst einmal abwarten, ob ein Long-Signal reinkommt. Das bedeutet, dass sich im kurzfristigen Bereich eine Abwärtsstruktur in eine Aufwärtsstruktur wechselt. Und wenn das geschieht, hätten wir ein Long-Signal und dann würde ich das dann versuchen, Long zu handeln. Und auch beim Ausbruch auf der Oberseite würde ich mich dann auch mehr auf die Long-Seite fokussieren. Denn sollte der Ausbruch heute auf der Oberseite passieren, noch vor den NFP-Zahlen, dann gehe ich auch davon aus, dass wir hier durchaus eine Beschleunigung auf der Oberseite sehen. Und dass es den DAX, wenn der Ausbruch dann gelingt, da auch nochmal ein bisschen deutlicher nach oben rauszieht. Und so hätten wir dann auch unterschiedliche Signalwirkungen. Lugt der DAX nur kurz raus, Fehlausbruch. Schafft der DAX es mit anhaltender Kontinuität zu steigen, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen validen Ausbruch. Mit der Attacke der großen Hochbereiche, sage ich mal, aus dem Tagesschart, um dann den korrektiven Abwärtstrend auch zu brechen. Also wichtigste Marke heute, die 18.400, die wird es dann letzten Endes entscheiden. Und nach den NFP-Zahlen werden die Würfel dann nochmal geworfen. Und dann kann es natürlich nochmal zu einer deutlichen Richtungsänderung kommen, die die Karten dann nochmal neu mischt. Aber bis dahin haben wir dann noch ein bisschen Handel und den möglichen Ausbruch auf der Oberseite. Und das wird durchaus spannend. Für das heutige Trading werde ich mich insgesamt auch weiterhin Long fokussieren. Aufgrund der Signallogik von gestern, sollte der DAX allerdings unter die 18.400 zurückfallen zum Kassahandelsstart und tiefer eröffnen, hätten wir hier schon einen initialen Strukturbruch drin. Und da werde ich dann sehr wahrscheinlich eine neue Short-Position reinnehmen per Limit Order und natürlich dann auch weiter Long aufbauen in der aktuellen Phase. Gestern habe ich auch Long eröffnet und habe dann auch die Short-Position gehätscht. Von daher eine mega ungünstige Konstellation, dass jetzt der Short-Hedge und der frische Long-Aufbau auf einem Level erfolgte. Das ist natürlich insofern ungünstig. Wenn der DAX jetzt fällt, hätte ich jetzt auf einem Level zwei Positionen. Und zusätzlich ergibt sich auch heute ein neues Long-Signal. Ich werde nachher aber auch für die gestrige Long-Position entweder einen SL oder einen TP auf Einstand platzieren. Der DAX pendelt jetzt hier um meinen Einstieg herum. Das ist natürlich sehr ungünstig, sodass ich gar nichts platzieren kann. Weder einen TP noch einen SL, der sollte sich da doch mal schleunigst davon so ein bisschen entfernen, damit ich dann was setzen kann. Und vor allem auch in meinem Live-Trading-Ticker für meine Live-Trading-Community da entsprechend den Input, also die Ankündigung auch zu geben, was ich dann mache. Und das ist natürlich doof, wenn die ganze Geschichte so knapp ist. Aber schauen wir mal. Vielleicht bewegt er sich ja noch ein wenig, dass ich da zumindest mal irgendwas setzen kann. Mit der Hoffnung, dass vor Kassehandelsstaat die Position von gestern rausfliegt, dass ich dann heute mit gutem Gewissen auch neu Long aufbauen kann. Ansonsten besteht natürlich die Gefahr, dass ich auf einem Level auf einmal drei Positionen drin habe. Und das ist natürlich mega ungünstig, wenn die Sache dann auf der Unterseite aufgelöst wird. Aber schauen wir mal, was daraus wird. Ja, schauen wir dann nochmal ganz kurz auf den Tagesschart. Und ja, hier hat sich das Bild nicht großartig verändert. Der DAX tendiert jetzt erst einmal Long, handelt jetzt mehr oder weniger im Hochbereich, also im oberen Widerstandsbereich. Und da wird es jetzt wichtig, dass sich jetzt hier die Abfolge von steigenden Tagestiefs weiter fortsetzt. Und dass dann endlich mal der Ausbruch gelingt. Und oberhalb der Marke von 18.650 Punkten hätten wir dann auch den Strukturbruch auf der Oberseite. Muss ich mir vielleicht auch gleich mal hier mit dem entsprechenden Rechteck markieren. Also sollte der DAX die Nummer hier rausnehmen, dann wäre dieser korrektive Abwärtstrend erst einmal raus. Aber der Aufwärtstrend ist noch intakt und somit können natürlich auch immer wieder Trendkräfte mit reinkommen. Und ja, den Wochenschart brauchen wir uns heute nicht betrachten. Aber der S&P 500 beispielsweise ist auch interessant, hält sich hier weiterhin stark. Gestern natürlich nicht viel passiert, da lief der Future, glaube ich, so ein bisschen. Zumindest der CFD lief durch. Und der S&P 500 klebt aktuell an seinem Allzeithoch. Allzeithoch, der Dow Jones auch mehr oder weniger unverändert, schafft es allerdings auch noch nicht nach oben raus zu kommen. Klar, logischerweise. Wenn der Feiertag ist, dann passiert auch weniger. Aber heute wird es dann letzten Endes interessant, gerade über die NFP zahlen. Und der Nasdaq auch weiterhin stark klebt an seinem Allzeithoch. Und da wird es dann auch interessant, ob die Reise heute auf der Oberseite weitergehen kann. Oder ob die US-Indizes, also der S&P 500 und der Nasdaq, heute mal stärker auskorrigieren. Das war es dann auch schon mit dieser Daily Dax-Morgen-Analyse. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Das ist wichtig für den Algorithmus. Und was noch wichtig für den Algorithmus ist, einen netten Kommentar da lassen. Da freut sich YouTube und da freue ich mich. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr nachher beim Webinar einschaltet. Ansonsten bleibt mir auch nichts anderes, als euch einen hervorragenden Handelstag zu wünschen. Alles Gute und wir sehen uns dann, wo auch immer, beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.